Ola Amigo Hallo 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 Ach hier sind noch Gehirne Ich habe schon meine Gehirne gesucht Ja es war schon klar dass du kein Gehirn hast Brains 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 Ja wir haben uns nämlich beschlossen Äh da mal zu entschlossen Dass es vielleicht ganz gut ist Wenn man einen Bogen oder so hat Aber ein Bogen ohne Infinity Ist für mich kein Bogen Richtig Warum kann ich denn eigentlich jetzt nicht Swans 0 draufhauen Bei mir geht das doch Ich kann aber nicht Also ich kann nicht die Swans wieder runter nehmen Doch Ich schon Dann bist du halt zu inkompetent So jetzt ist es raus Tja so schnell kann es gehen So schnell wird man es dumm abblicken Was ist Aqua Affinity und Respiration Aqua Affinity hat das nicht was mit der ähm Dem abbauen oder ist das Ja und ich glaube mit der Bewegung oder Achso und Respiration ist unter Wasser atmen gell Genau Ah ok Alles klar aber Herzlich willkommen zurück Ladies und Gentlemen Schön dass ihr alle eingeschaltet habt Kann man jetzt noch nicht sagen Warte ich mal auf die Kommentare Wenn die nicht so schön sind Dann ne Dann könnt ihr euch gleich wieder verpissen Dann könnt ihr euch mal ins Knie ficken So Oh hat er nicht gesagt Uff 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 So ich upgrade heute mal kurz Copper und Tin Unser Unser Crusher Kannst du mir nochmal die Die Seiten zu werfen Die du gerade aufgenommen hast Die Seiten? Achso ja die gelben Seiten Ja Danke Copper haben wir Und Tin haben wir auch Kann ich kurz den Furnace benutzen? Ja Ja Ausnahmsweise Dann kriegst du auch einen besseren Furnace Äh Einen besseren Crusher Ja Ab jetzt ores eigentlich immer zuerst crushen gell Bevor du es schmilzt Ja ja Weiß ich Ja Wird bloß sagen nochmal Wir können es ja auch so machen Dass wir die ores erstmal im rohe Zustand lassen Wenn wir es brauchen Dann crushen wir es halt Ich glaube wir werden nie wirklich in der Position sein Dass wir irgendwie massig ores brauchen Vor allem dass wir massig ores auch haben Ja das auch Lass mal ne quarry aufstellen Warum Nein warum was mach ich denn? Ich bin so blöd Was denn? Ja ok es ist nicht so schlimm aber Ich muss erst kombinieren und dann schmelzen Was mach ich denn? Naja passiert hey Wir wollen ja eh noch 100 Folgen machen Das ist gut wenn man solche Fehler absichtlich macht Das war vorher abgesprochen Das wusstet ihr jetzt nur nicht Damit das hier möglichst lange geht Richtig Irgendwas müssen wir ja machen So jetzt sollte das eigentlich gehen ne? Und wenn wir nicht das machen Dann müssen wir alles zu scheiße machen Ja Aber ich lass ja hier nicht die Hosen runter Eben Juhu Infinity So ich hab noch nen Iron Crusher Das ist der beste Ah Steel gibt's auch noch Steel Was braucht man dafür gleich nochmal? Wir haben gleich nochmal Steel gemacht Ähm Hab ich vergessen Wir brauchen noch Wir brauchen noch Warte die Viecher sind schon wieder hier Da dahinter steht er Ich hab's eingebaut Jaja Da kann man ihn sehen Verpiss dich da hin zurück wo du her gekommen bist Okay das klingt ziemlich ausländerfeindlich Komm her komm hier Hast du Sozialhilfe Komm Hier Krankenversicherung Bring alle deine Familienmitglieder mit Mal schauen wie schnell das jetzt geht Wow Das ist ja Unglaublich Das bewegt sich immerhin fast Jede Sekunde Oder jede halbe Sekunde Das ist schon aber Ja Also wenn man sich die erste Stufe nochmal anguckt ja Da guck ich über Tagesschau also Also ich glaube es ist auch effektiv noch Du verbaust nicht so viele Sachen Ach da hatte ich sogar noch Naja egal Brauch ich wahrscheinlich gar nicht mehr Hast du jetzt einen ganz normalen Bogen gemacht oder? Ja und den verzaubert mit Power 5 Unbreaking und Infinity Ja gut ich glaub das ist gut genug für den Anfang oder? Ja Willst du mal probieren? Ne Au Was? Das ging verarschen man Geht für den Anfang würde ich sagen Wie viel Schaden hast du ja gerade gemacht? 18 19 Hätte ich Last Stand nicht gehabt wäre ich tot gewesen Nice Ohne Scheiß Richtig gut Last Stand Das rettet einem ja echt den Arsch ne? Vor allem wenn du so Vollhonk Teammates hast Soll ich mal ausprobieren? Ne Alter Naja komm Da geht wieder was durchs Portal oder? Ne doch nicht So wir haben natürlich ne Netherjust gemacht Ja genau Und mir ist aufgefallen, dass wenn noch nicht die richtig geilen Kristalle haben Die Potion Crystals Da werde ich jetzt mal so ein bisschen drauf achten Wolltest du nicht schauen ob wir Braune haben? Wir haben doch hier Brown Crystal Sechs haben wir Jaa brauchen wir den jetzt hier zu Hause Ich würde sagen wenn wir irgendwie durch die Welt reisen Dann machen wir uns vorher diese Dinger Ja okay Aber im Nether bringen sie uns sowieso nicht Deswegen müssen wir die jetzt auch nicht craften Wie viel kostet Infinity? Elf Ja ist doch easy Was hast du noch drauf? Aber ich glaube Power ist Power was ist Punch? Also Punch ist Punch ist Rückstoß Was ist Agony? Das ist neu Hast du alles drauf? Ne ich habe nur Power Infinity und Unbreaking Ich habe jetzt Power und Infinity Das wird schon passend Darf ich mal ausprobieren? Ja Ja ist dasselbe Okay gut zu wissen, dass meins auch funktioniert Jetzt muss ich meine Rüstung wieder reparieren gehen Warte Ach ne Ach guck mal Unbreaking hat sogar bei den beiden Sachen abgefangen Ähm Ich bereite schon mal für die Crystals später vor Wir müssen auf jeden Fall gleich mal ein bisschen Wie heißt es denn? Glowstone mitnehmen Ja eigentlich wäre es doch mal übelst gut Wenn wir Wenn ich dir mal drei Emeralds besorge Irgendwie Soll ich mal ein bisschen rumfliegen Und schaue ob ich noch sind Ja ja nimm ruhig mit Raffi Du musst jetzt kein schlechtes Gewissen haben Ja aber dann hast du auch welche weißt du Dann können wir zu zweit rum Ja ja ist okay Okay warte ich schaue kurz doch da auch so ein bisschen rum gell Und Obsidian brauchen wir da noch ein bisschen Aber das ist tatsächlich das Falsche da reingetan War ich da? Oh Kaktus War ich da schon drin? Dün 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 Voll die epische Musik Bei mir auch Die habe ich selbst eingespielt Die kommen mir manchmal ein bisschen zu selten Ah da war ich schon drin Okay So haben wir hier Ich brauche mal irgendein Test Subjekt Was kein Last Stand hat Irgendwas mit viel Leben Na guck mal Spinni Spinni hat zu wenig Leben Fuuu Fuuu Ich weiß gar nicht Ist ein Ich brauche halt nochmal so eine fliegende Insel gell Weil da waren eigentlich immer Emeralds drin Ja 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 sonst müssen wir halt vielleicht auch nochmal so eine Tour machen Aber du hast ich habe eine Ich glaube ich habe eine Oh 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 Schau wo Schaut gut aus glaube ich Füll auf Flügel Wer kriegst du gleich Ich guck mal derweil Es gibt hier keine Bewohner mehr in diesem Dorf Oder? Das ist echt ausgestorben Die sind echt alle weg Oh like Ich glaube die Monster haben das Ah warte Was 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 Ich glaube die muss sie genauso verstecken wie andere Dorfbewohner Die sehen nicht so dämlich aus Aber die sind genauso dämlich Hier ist wieder Genozid Hat hier stattgefunden So Mal schauen was in der Chest ist Keine Emeralds Schade Aber Diamond Boots Gold Dinges Blazerods Drei Eisen Bejeweled Apple und Glowing Bread Reader Da sind hier keine Emeralds Schabo Ich weiß es nicht Oh hier sind Teile für Tinkers Construct Okay Wie nice ist das denn? Ah warte Ich sehe gerade so viele coole neue Sachen Ich finde es eigentlich schade dass du nicht da bist Ja schade ne? Ähm Oh hier sind übrigens ganz viele Pattern in den Häusern ne? Wir müssen nicht unbedingt immer alle craften Was ist denn das hier? Das schaut so episch aus Schabo Darkness is coming Was was was? Ich gehe wieder weg Sind hier unten vielleicht Emeralds? Äh ich habe keine Fackeln dabei Schabo Ja das ist schlecht Es wird jetzt auch dunkel Ich kümmere mich mal um die Begrünung Äh ich habe eine Fackel gefunden Ich habe eine Fackel gefunden Ich glaube mal eine Fackel von dem Billetan Äh Ich muss doch irgendwo Emeralds sein Wieso? What? Was machst du denn? Ich? Hing das eben auch schon Hä? Ich habe eine lilanen Kristall gefunden Äh ne Kristall gefunden Sind die gut oder? Was sind die XP Kristalle gell? Purple ist XP ja Da habe ich gerade warte 18 bekommen Nice Das sollte reichen Warum kann ich das da nicht dranhängen? Hallo Hallo Toll ich dachte ich mache jetzt hier richtig geile Decoration Dann funktioniert der Kack nicht Dann leckst du mir am Orsch Oh jetzt hast du es ihm aber gegeben Auf Bayerisch habe ich es ihm gegeben Weil ich so gut Bayerisch kann ja 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 Gut Ich würde sagen Denke ich meinen Nähter ne Tschüss Raffi Ja tschüss Nein Quatsch Ich warte auf dich Ich versuche jetzt Also ich habe da so ein fettes Loch gefunden Und erkunde das Loch gerade Weil ich weiß schon das Loch das drunter entsteht Ist ja witzig Ist das jetzt schon ganz dunkel Ich wollte noch schnell ein Wässerchen besorgen Haben wir eigentlich irgendwo Ach wir haben ja Wasserquellen drin ne Was mache ich denn? Dann schütte ich hier mal kurz den Honig aus Es gibt es doch nicht das hier kein Was ist das hier? Banschies Ich habe Banschies gefunden Boah geil Das sind richtig gute Autos Die haben 80 Leben Ist voll krank Die sind ja auch Gespenster Wäre ja doof wenn ihr die sofort Alter Probier mal den Bogen aus Warte mach ich gleich Gute Idee eigentlich Ich habe nur gute Ideen 12 Schaden What? 15 Okay Okay also entweder sind die stark Oder wir sind ziemlich schwach Dass wir so viel Schaden kassieren Ich glaube wir sind Aber wir haben doch voll die geile Rüstung eigentlich Die haben nur so Hauts Ja schau wo Ich finde irgendwie geile nichts Ich komme mal zurück Dann kann man in die Tape gehen Vielleicht finden wir Mieter irgendwie Emeralds oder so Okay Okay Raffi okay Die Flügel die nutzen sich auch ganz schön schnell ab Ich bin jetzt die ganze Zeit Ich bin jetzt gerade die ganze Zeit rumgeflogen Ich bin jetzt ungefähr ein Drittel kaputt Jetzt habe ich auch noch Unbreaking 3 drauf So bin ich hergekommen Also hier ist noch ein kaputter Battle Tower Da schaue ich auch noch ganz kurz rein in die Kisten Vielleicht ist es da was Na ich bereite mal kurz ein ähm Kristall vor Nur damit wir das gleich mal testen können Ja ich habe noch 18 lila Chars Mhm Das ist sehr gut Hier ist gar kein Gar keine Kisten Cool Wieso kommt Manche ist es irgendwie verpackt manchmal Wenn man aus dem Wasser raus will Weil es dann Schafft er diese 5 cm hohe Kante Ja ja Das ist total seltsam Naja Was? Au! Ich freue mich wieder auf den Nähter Muss ich sagen Ich habe gerade einen Blitz getroffen Beim Scheißen? Nein beim Fliegen Ja gut Wenn du das höchste Objekt bist Dann hast du Bin ich nicht Ich war voll unter Dings und so Und so Und so eins noch So Ich bin wieder zu Hause Was ist denn das? Oakwall Bracket Krass Ja ich wollte da so was richtig schönes hinhängen Aber das ging nicht dran Also ich habe das so abgebaut Da hing das sogar noch dran So eine Pflanze Aber jetzt kann ich es nicht mehr dran machen So ich habe wieder so viel Zeug im Inventage Hallo Meine Güte Jetzt steig da rauf Du Kurzbeiniges Wesen Meine Güte Das Wasser backt hier eh die ganze Zeit rum Das steht hier manchmal einfach still Keinen Bock rum zu fließen Keinen Bock mehr Ich brauche Jampoos Damit die aus dem Wasser raushüpfen können Wie ein junger Delfin So Ich brauche jetzt eigentlich nur noch Glowstone Zaksas 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 Die ging doch so ne Irgendwie so waren das doch Potion Crystal Okay das reicht dann für 3 Das ist gut So Bricks habe ich auch noch Was ist das hier? Seven Juniper. Keine Ahnung. Ich habe die Crystals reingelegt, gell? Ja, ich nehme mal welche raus. Ich lagere schon mal so ein bisschen extra, damit ich nachher nicht mehr nachdenken muss. Das ist eine gute Sache. Ja, Glowstone, gehen wir, Raffi? Hast du Lust? Ich habe noch ein bisschen Lust. Warte, ich werte noch mal kurz meine Spitzhacke auf. Weil die ist ja noch nicht so geil. Ich nehme mal die Wings mit, damit wir leichter an Glowstone kommen. Kannst auch du gerne machen, wenn du willst. Ist okay, ne mit. Ich höre schon wieder Viecher. Wo sind wir sportlich? Ich bin gerade vorbeigeratet. Auf geht's. Und rein. Go, go, go. That's what he said. Go, go, go. Meinst du? Ja. Fire in the hole. Das mache ich immer. Go, go, go schreien. Und dann Grenade. Ja. Fire in the hole. So, was ich beim letzten Mal noch kurz gesehen hatte. Ah, wieso kriege ich schon wieder Schaden? Ich will mal schauen, was das da oben ist. Da sind so Stacheln. Was ist das hier? Demonic Ore. Warum kriege ich den Schaden, Raffi? Ab und zu. Weil du uns Feuer löst. Nein. Liegt es an der Wither Ward? Wither Ward? Wither Ward. Ne. Ich nehme keinen Schaden. Keine Ahnung. Weil das ist der Nether einfach so badass. Da unten rechts ist auch was, okay? Unten rechts. Was denn da? Keine Ahnung. Siehst du es nicht? Hinter der Lava oder was? Nein, da. Direkt unten. Hä, wo ist denn da was? Bist du fischig oder was? Ah, hier ist ein Kristall. Muss weg. Au. Was zaut das dir hier? Ah, ist das eine Wither Kuh? Hilfe. Bravestone. Was ist eine Wither Kuh? Das war ein Slime. Nein, da war eine Wither Kuh. Ich habe es doch getötet. Ja, ganz klar. Ja, komm. Okay. Kommt jetzt ein Gespenst raus? Oh, ich habe Hunger. War es kaputt. Ja, ich muss zuerst futtern. Das ist viel wichtiger. Ja. Der hat mich total an Terraria erinnert. Ah, ich habe hier Segnitius. Oh, das brauchen wir doch irgendwie. Ich finde es ein Meltzer. Das Goldohr, da kriegt man auch sauviel Ingress raus. Mhm. Ah, die Nähtererze bringen mehr, ne? Da kriegst du Gold Nuggers raus. Aber das ist sauviel Goldohr. Achtung, hinter dir. Ich habe versucht, dich noch zu retten, aber er war nicht mehr aufzuhalten. Was ist das hier? Ein Crossed Cobblestone. Hörst du die Geräusche? Ich glaube, das liegt an Dingens, aber an Matmos. Aber irgendwie klingt es gruseliger als vorher, der Nähter. So. Was ist das für ein Erz? Nether Iron Ore. Nehmen wir mal mit. Demonic Ore. Demonic Ingot. Was kann man denn damit machen? Soul Workbench. Das hört sich interessant an. Soul Bomb, Soul Ripper Mark 1, Soul Ripper Mark 2, Soul Ripper Mark 3. Okay. Soul Ripper Mark 4. Demonic Lightning Charge, Demonic Lightning Scepter. Okay, ciao. Bravo. Das heißt, du willst meinen Arsch grillen oder was? Was ist jetzt los? Ne, das hört sich noch cool an. Achso. Ich dachte, du willst meinen Arsch grillen. Wo wirst denn du hin? Ich bin an der Lavaküste weitergegangen. Was ist das denn? Baphomet. Ich dachte, du bist da oben, ne? Ja, ich sehe dich. Die greift mich gar nicht an. Ist die gut? Ist die nett? Ne. Die greift mich gar nicht an. Ich greife sie erstmal an. Was hat die gebrobt? Warte. Fiery Soul, fuel for 1000 seconds. Ui, da. Jetzt haben wir gar nicht das Portal zugebaut, gell. Es ist ja nicht schlimm. Was kann schlimmstenfalls passieren? Alles. Ich will jetzt wissen, was das hier für Verstacheln sind. Hast du ja einen Waypoint gemacht? Oh, hier ist Hellfire. Ja, das ist grün. Juhu. Was ist das jetzt hier? Okay, das ist Teil.bob.bones.bones-small. Der Name ist auf jeden Fall toll. Medium Bones Segment. Toll. Kommt jetzt hier ein Boss oder was? Das wäre schon cool. Hilfe. Ich bin ganz schön erschrocken. Was mache ich? Ach, da kriegt man einen Knochen raus. Was kann ich damit machen? Kriegt man ein Bone Meal raus. Ja, nix wahrscheinlich. Ich bin einfach nur ästhetisch. Ja, kriegst du Bone Meal raus. Ja, wow. Das hat mir schon fotzig. Wenn du Bone Meal brauchst, ist das bestimmt irgendwie gut. Asset Leaves. Oh, Entschuldigung. Ich wollte eigentlich den Typ treffen. Ja, ja. Genau. Und dann haust du mich wieder. Dann explodiert alles. Ich wollte den Typ treffen. Habe ich auch mal mit dem Bogen abgeschossen. Jetzt lass mal ein halbes Herrn. Das ist überhaupt passiert. Aber so spielt es ja echt aufpassen, gell? Ja, ja. Warte, ich benutze meinen Bogen. Achtung, Graffi. Oh, naja. So war er getroffen. Einfach immer so Zimber schreien oder sowas. Wo bist du jetzt hin? Oh, siehst du auf der Minimap? Den goldenen Block da. Rechts von uns. Da will ich hin. Müssen wir, glaube ich, nach oben. Warte. Wo kommen wir denn am besten nach oben? Bau eine Treppe. Oder ich baue eine Treppe. Ach schon. Was haben wir hier? Encrusted Cobblestone. So kommst du da hoch? Ja, nicht, gell? Tja, also zwei, drei Blöcke habe ich noch. Ich hätte eine Wurst gebaut. Eine Wurst? Ja. Ich höre Sachen. Ganz viele Sachen. Was machen Sachen? Sachen machen, machen. Aber ich kann hier unter den Rock schauen. Hast du eigentlich keine Hose an? Nein. Ich bin Koala. Au, was? Au, was? Hä? Ich war das nicht. Au, hä? Ja, das ist es ja manchmal. Mancher kriegt zu Schaden. Weiß nicht, wieso. Ich glaube, über mir geht es übelst ab. Oder, nee, kann es sein, dass es an dem Sand liegt? Nee, Moment. Bei Feed the Beast war das der orange und Sand. Oh, ach so, das ist der orange und Crystal. Ach so. Mach ihn weg. Töte ihn. So, ist weg. Nur um Schaden nehmen. Ich habe ihn umgebracht. So, wo wollten wir jetzt eigentlich hingehen? Äh, da zu dem Teil. Ah, das ist wieder ein Hive, glaube ich, oder? Meinst du? Wollen wir mal gucken. Was liegt denn hier rum? Ach, Imp-Leather, glaube ich. Leather-Lapisor. Ja, damit. Wo ist das? Ist das? Ach, da oben ist das wieder ein Hive. Ja, ja. Ich habe keinen Platz mehr im Inventar. Ist ja nur noch gute Sachen dabei. Demonic Charge. Oh, es ist ja schon wieder so weit. Diese Ente. Die Zeit vergeht so schnell. Diese Ente. Immer so viele Stammel. Ah, Wither Coup. Wither Coup. Da, kannst du den mal sehen, Raffi. Ich bin gerade woanders hin. Oh, toll. Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Warte, nein, nein, nein. Ist der tot? Ja. Oh, Mann. Was ist das denn? Ein Succubus. Oh, nehm mich. Nehm mich. Die wollen mich verführen. Ja, aber kleine Tippen. Ja. Wo hast du denn sie getroffen? Jede Menge Stuff, irgendwas. Mushrooms. Ach, meine Güte, ey. Du kannst nicht mal irgendwie ins Inventar gehen. Das ist einfach zu viel los. Ähm. Ich das damit. Ja, also ich glaube, ich mache mich auf dem Rückweg. Ja, ist glaube ich auch besser. Obwohl ich noch viel mehr erkunden möchte, aber... Ja, schau mal, wenn wir Flügel haben. Ganz ehrlich, dann können wir da so viel rumfliegen, wie wir wollen. Was? Oh. Ah, der Succubus, der dachte, er kann mich verarschen. Aber kannst du nicht. Der konnte kurz fliegen. Das war also... Hier ist ein Ender-Auge. Also ein Ender-Ei. Das macht auch die Geräusche. Ja, das... So ein fliegendes kleines Auge, ne? Ja. Das hatte ich doch schon gesehen, wo du meintest, oh, will ich auch sehen. Dann warst du aber nie da. Das ist aber gerade weg irgendwie. Kein Bock auf mich. Hm. Aber mich würde interessieren, ob es noch irgendwas mit den Bienen auf sich hat. Weil nur ein Hive, mit dem man dann nichts machen kann... Ja, ich glaube schon. Ja, wir müssen uns mal mehr informieren. Oder ihr schreibt es uns, damit wir faul sein können. Ja, und Kommentarfragen nicht vergessen. Genau. Warum haben wir eigentlich noch keine beantwortet, Raffi? Ach, das ist doch... Das ist... Nein! Nicht! Du Scheißvieh! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Zum Glück habe ich so eine hohe Protection drauf. So eine Headcrab hat mich in diesem Lava-Pass erwischt, ne? Da, wo nur so zwei Block breit ist. Hier. Ja. Es war knapp. Es war knapp. Oh, ich sehe gerade, ich muss eigentlich was essen. Wie ist denn das, wenn du jetzt Saturation hast und dann in den Nether geht, kriegst du dann... Nausea kriegst du dann. Aber, ähm... Also zumindest bei... Bei Monster ist es so, dass da nichts passiert. Aber ich glaube, das ist ein Fehler. Aber wo sind wir denn hergekommen eigentlich? Links, oder? Ja, links rum. Hatten wir jetzt Glowstone? Nein. Na ja, wenn nicht, will ich mir das andermal. Äh... Auch nicht so dramatisch. Ihr musst doch irgendwo... Ah, ich sehe Glowstone, warte. Ja, ja, wir sind gerade auch drunter durch, aber ich habe... Ich will mich hochzubauen. Also ich gebe dir kurz ein bisschen Zeug, damit ich Platz habe. Was hast denn du? Ist das Shadow Iron Order. Brains hast du bestimmt auch. Was hast du noch? Ja, ja, bestimmt. So, bitte. Ich fliege mal kurz hoch. Ich habe überhaupt keinen Platz im Inventar für gar nichts. Wie viel brauchst du denn? Ähm... Ich mache mal ein paar kaputte 12 brauche ich schon. Ja, okay. Mindestens. Easy peasy lemon squeezy. Das regle ich für dich. Das ist voll nett von dir. Gibt das irgendwie mit einer Axt besser, oder? Spitzhacke. Ich benutze keine Spitzhacke, aber das ist trotzdem ein bisschen Pflanzer. Ja, weil du fliegst, das ist ja wie... Ich fliege nicht. Nein? Das ist wie auf einem Glowstone drauf. Oder ist es wert das Beste? In Tritte Beast ging das übelst schnell. Ja... Ja, du bist einfach an andere Sachen gewöhnt, ne? Alter, zwei fette Heats, gar Spiders, die machen... Die machen das Ganze los. Ach da, guck. Warte, ich komme. Die machen drei kleinere dann, wenn sie sterben. Ja. Willst du mich verarschen? Wo ist das los denn? Wir geben ihr. Komm, von beiden Seiten. Gangbang. Oh, oh. Oh, fertility. Ich habe keinen Platz. Nicht sterben lassen. Nice. Ja, hast du Glowstone? Ja, warte. Ah, ich habe zweieinhalb Stacks. Ja, okay. Es reicht. Oh, was ist das? Überall sind fiese Geräusche. Lass mich doch einfach in Ruhe. Lass zurückgehen. Ja. Aber Nether findet man echt so viele Sachen. Ja, es ist auch super gefährlich. Wäre dumm, wenn es hier gar nichts gäbe. Warum sollte man sonst hier reingehen? Ich finde, es gibt hier noch viel zu wenig Boom. Boom, baby, boom. Ich brenne schon wieder. Nett. Okay. Ich baue hier kurz ein, das Bottle. Okay. Mach dir ein. Ja. Ich baue mir ein. So. Dann kann man hier nämlich dann so schön die Crystals reinstellen. Holztür fängt ja nicht vorher dann, oder? Weiß ich nicht. Nee, Holztür brennen nicht. Hoffe ich mal. So. Zack. Warum kriege ich die ganze Zeit Schaden? Ich bin zu Hause. Ja, vielleicht mag dich das Haus nicht. Ja. Haunted House. So. Du hast keine Brustplatte mehr an, weißt du das eigentlich? Ich habe Flügel an. Ach so, okay. Ich dachte, du hast sie vielleicht verloren. Ja. Warum sind hier die Dings weg? Der Boden. Ach so, du platzierst die jetzt dahin, oder? Ja, ja, genau. Ah, das ist ja wie du vorausdenkst. Ja, gib mir mal ein bisschen Glowstone. Lass uns mal in der nächsten Folge machen, oder? Okay. Dann machen wir es in der nächsten Folge. Edgy Batch, habt ihr Pech gehabt? Ja. Loser. So schnell kann es gehen. So schnell kann es gehen. So schnell kann es gehen. Oder auch nicht. Weil wir uns Zeit lassen. Richtig. Aber trotzdem vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, könnt ihr natürlich ein Like da lassen. Und die Kommentarfragen nicht vergessen. Das ist jetzt wieder total in. Und Tipp. Richtig. Ui. Na dann, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.